Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beste Qualität zum günstigsten Preis. Die beiden Eigenschaften zeichnen Produkte aus, die Sie nur bei GOB kaufen können. GOB Exklusivmarken nämlich. Qualität und Preis sind aber nicht nur bei den Lebensmitteln wichtig. Auch wenn Sie zum Beispiel Kinderbekleidung suchen, sind Sie bei GOB im richtigen Laden. Trotzdem günstigen Preisen finden Sie bei GOB nämlich nicht einfach Kinderkleider, sondern aktuelle Kindermode. Unsere Einkäufer und das Markenzeichen garantieren, dass auch die jüngsten nach den neuesten Trends angezogen sind. Und damit Sie sich beim Aussuchen noch besser orientieren können, haben unsere Kinderkleider jetzt eine neue Grössen-Einteilung. Babys heissen die 1,5-Jährigen bis Grösse 80. Mit dieser Ausstattung machen die ersten Gehversuche bestimmt noch mehr Freude. 1,5-3-Jährige oder Grösse 86-98 finden Sie bei den Mini-Kids. Warme und bequeme Jeans, Sweatshirts, T-Shirts und Leggings geben auf dem Spielplatz den Ton an. 4-8-Jährige oder Grösse 104-128 heissen logischerweise Kids. Mit diesen Jeans und Sweatshirts ist man garantiert noch schneller unterwegs. Die Grossen von 9 bis 14 oder Grösse 140 bis 164 dürfen sich jetzt Juniors nennen. Lässig, was man bei GOB alles findet, um angenehm auffallen. Schauen Sie bei Ihrem nächsten Besuch bei uns doch gerade mal in die Kleiderabteilung und lassen Sie sich von der neuen Kindermode überzeugen lassen. Trotz der aufstrebenden GOB-Exklusiv-Marke hat natürlich auch bei uns den traditionellen Markenartikel nach wie vor eine grosse Bedeutung. Zwei Klassiker heute bei uns im Markenfenster. Knorr macht mit dem neuesten aus seiner Gemüseküche den Anfang. Frisches, gesundes Gemüse verdient das Beste. Die neue Gemüseküche von Knorr. Denn wenn Sie Ihr frisches Gemüse mit der neuen Knorr-Gemüseküche zusammenbringen, gelingen Ihnen einfach und sicher nicht nur wunderbare Gemüseküchli, sondern auch herrliche Gemüse-Cakes und viele andere köstliche Gemüse-Überraschungen. Knorr, kochen mit Lust und Liebe. Der zweite Klassiker bei uns im Markenfenster ist immer dann besonders gefragt, wenn... Tempo. Wenn nur alles so sicher wäre. Jetzt bei Coop. Das Team vom GOB-Kochstudio hat uns heute einen Vorschlag zum Thema leichte Küche. Und zu dieser leichten Küche gehören bekanntlich auch die Rutan-Schnitzel. Ich habe für vier Personen 500 Gramm in ein bis zwei Zentimeter breite Streifen geschnitten und in einer Marinade aus Sojasauce, Pfeffer, Paprika und Salz ein wenig lassen. Jetzt eine fein gehackte Zwiebeln und ein bis zwei Knobelichzehen im Anken kurz andämpfen. Voller Eis dazu geben und kurz mitdämpfen. Eine kleine Dose Pilate kommt auch noch drin. Am besten verdruckt man die Tomaten gerade ein wenig mit den Gappeln. Das Ganze mit einem halben Liter Tomatensaft und zweieinhalb Deziboyant ablöschen und ca. 20 Minuten köcheln. Während dieser Zeit den Lauch rösten, in Streifen schneiden und mit dem Reis zusammen weitere 15-20 Minuten kochen. Gegen Schluss dieser Kochzeit kommt das Fleisch dran. Die Marinade gut abtropfen, dann im heissen Öl beidseitig zu braten. Es dauert so zwischen fünf bis sieben Minuten. Dann ist auch der Reis so weit und man kann beides auf einer Platte anrichten. Fühlen Sie sich von dem Gericht angesprochen? Sie finden das Rezept auch diese Woche in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen! Ein Rezept, das nicht alle Wälde kostet, hat uns das Kochstudio heute vorgekocht. Da möchten wir natürlich nicht zurückstehen und Ihnen zeigen, wo man bei Coop sonst noch sparen kann. Z.B. bei der Clementine. Das Netz an einem Kilo kostet nämlich nur 1,90 €. Zwei Packungen Coop-Fondue fixfertig gibt es für nur 14,50 €. 500 g Medaille d'Or gemahlen können jetzt über für 6,95 €. Verschiedene Wäschmittel sind jetzt günstiger. Das Biancomat im 5 kg Nachfüllbeutel kostet z.B. nur 9,90 €. Ausserdem offerieren wir Ihnen Jogging-Anzüge für Kids für nur 19 Franken. Unsere Küchenchefen in den Coop-Restaurants empfehlen Ihnen diese Woche ein Südfleisch Natura-Beef, flämischer Art, mit Bouillon-Herrtöpfel für 12 Franken. Das wäre es gewesen aus dem dritten Coop-Studio dieses Jahres. Ich hoffe, es hat auch für Sie etwas dabei gehabt. Danke fürs Interesse und auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017